Das wollte ich als Kind werden. Kinderärztin in der Entwicklungshilfe. Am liebsten in Afrika. Der beste Rat meiner Mutter. Julia, du kannst immer offen alles sagen, was du dir denkst, aber bleib stets höflich und anständig dabei. Meine heimliche Schwäche. Das ist eigentlich gar nicht so heimlich. Gutes Essen und büdylamische Weine. Ich habe unterschätzte Talente als Gastgeberin von lustigen Dinnerpartys. Mein Vorbild. Maria Theresia, eine mutige und aufgeklärte Europäerin, die in vielerlei Hinsicht ihrer Zeit voraus war. Sie erkannte den Wert der Bildung und führte die allgemeine Schulpflicht ein. Nebenbei war sie vielfacher Mutter. Sie war einfach eine mutige Reformerin und wie gesagt in vielerlei Hinsicht ihrer Zeit voraus. Mit diesem Spruch würde ich für mich werben. Den Mutigen gehört die Welt. Das will ich am Tag meiner Beerdigung auf keinen Fall hören. Mensch, hätte sie das doch schon mal früher begonnen. TURI 2 Edition. Inspiration für Meinungsmacherinnen. TURI 2 Edition. BR 2018